hallo und herzlich willkommen zurück ich bin der super fatty und wir spielen zusammen metro exodus ja ich dachte mir wir machen heute ein bisschen fragezeichen abarbeiten und da würde ich sagen dass wir von hier aus beginnt zum oberen fragezeichen und dann mal gucken wie weit wir kommen und da habe ich nämlich direkt schon hier ein paar typen gesehen die will ich mir dann auch noch holen schleichen wir uns mal an diese seite ran da sind sie so kommt raus da oh ja die waffe habe ich gerade noch auf screen aufgelevelt wir haben nämlich eine trommel gefunden wo mehr schuss als drei reinpassen das letzte mal irgendwo so den haben wir auch du komm raus da wo ist er da ist der scheiße ah verdammt wird gerade noch weg ja sei dir ja ja ok top gut den hauen wir mal im platt hör mal du erschießt mich bitte nicht man gut plündern 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 oh hier waren sie angeln scheiße die drecksplörer haben sie gegessen so wo ist denn der das war der da draußen und einer ist noch drin ja oh das wollte ich nicht ich wollte den zerlegen so dann haben wir den spot auch durch licht machen wir ihm an gut dann haben wir den spot auch ok hier oben ist noch ein 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 waggon da bin ich drauf gekommen ok oh da ist ein seil und eine bombe gut dass ich das gesehen habe so machen wir mal licht an da haben wir gerade gefunden haltet ihr gedrückt um sie auszuwählen ok hier ist noch wieder eine da ist auch wieder ein draht oh hier müsst ihr aufpassen kenners schaut euch das an da ist noch ein draht sieht man mal gerade und eine menge star was hier drin oh und toter so so was haben wir hier plündern 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 ah der hat es hinter sich sonst ist hier nichts also ich habe auch gemütlich gemacht hier wer weiß an was der gestorben ist er bestimmt die fische gegessen die die anderen gefischt haben dann ist es auch kein wunder dass er stirbt ach hier ist nochmal schratt das habe ich gerade gar nicht gesehen hier nochmal gucken ja hier ist nichts ich gehe davon aus dass ich alles habe hier so dann können wir licht wieder ausmachen die scheißwaffe in der hand weiß gar nicht wofür diese gut sein soll die hatte ich letztes mal nämlich schon aufgelevelt aber so gut finde ich die gar nicht entschuldigung so dann lass ich mal hier im hängen so das war ein one shot ja auch hey wo kommst du denn her verdammt nochmal auf einmal sind sie bei so habe ich sie und die lassen auch noch kein stuff fallen ne was da da scheiße scheiße da habe ich nicht aufgepasst sind sie aber die zwei sind ja auch von hinter mir gekommen so hier ist nichts drin ne nicht da so so das wollte ich gar nicht den können wir wieder aufheben cool so eben einmal auf dem map gucken wir müssen einmal drehen da geht es nämlich zur kirche und den haben sie sich gekascht und wir hier haben wir noch stuff das ist ja schön so 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 da waren schüsse ja co so aber ich hatte den letztes mal nämlich schon auf gelevelt hier weil wir hatten da ein system drin das verlor Druck. Je mehr Druck da drin ist. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir 12 Bar. Und die behalten wir dann auch. Oh, der wurde fast erschlagen. Von einem. Halt. Bevor wir da reingehen, will ich noch mal gucken, ob wir die Waffen noch eben reinigen können. Weil das ist wichtig. Wenn wir schon so ein Ding hier haben, dann können wir die auch direkt reinigen. Ich war da gerade schon mal bei. Aber gucken kostet ja nichts. So, dann lass uns mal zum Spot hin. Oh, hier sind Gegner. Oh, da muss ich glaube ich einmal schlafen. Ja, das machen wir auch. Dann schlafen wir. Und gehen in die Dunkelheit da rein. aufgehängt, das ist ein Scheiß-Tot. Da hängt der Homie. Feuerzeug? Worm Feuerzeug? So, L. Achso, da war. Okay, dann lass uns mal in dem schnell schlafen. Muss ich mal gucken. Ich schlafe jetzt das erste Mal. Wer weiß, wie lange das dauert. So, bis zur Nacht, ne? So, dann haben wir schön fein geschlafen. Lass uns mal dann gucken. Schlafen macht eine. Doch, das macht doch. So. Oder kam das von den zwei Schüssen? Das kann ja nicht von den zwei Schüssen gekommen sein. Pro Schuss geht ein so ein Ding ab. So, dann lass uns da mal reinschleichen. Da sitzt schon einer. Oh, jetzt müssen wir ruhig sein. Da haben wir noch ein bisschen Stuff gekriegt von der Pistole. So, den haben wir auch. Da unten war noch einer. Gut, der liegt hier eigentlich auch ganz gut. Im Dunkeln. Da ist noch ein Licht. Da ist noch ein Licht. Oh, das war nichts. Scheiße. Gut, dann können wir auch diese hier nehmen. Oh, die anderen haben das noch nicht mitbekommen. Das ist gut. Er hat nicht geschrien. Und um Hilfe gerufen. So, wo haben wir denn noch einen? Da haben wir noch einen. Da hinten ist noch einer. Da ist noch einer. Hier links war einer. Und das ist ein Gefangener. Was? Hat er mich gesehen, ey? Noch keinen Scheiß, Homi. Hau ab. So, ich gehe aber noch einmal nach oben. Ich glaube, da ist nämlich noch einer. So, da sehe ich ein Licht. So, den haben wir. Oh, Scheiße. Da bricht alles zusammen. Oh, Mann. Jetzt haben sie aber mich gehört. So, den haben wir. Ja, die sehen mich nicht. Das ist gut. So, den haben wir. Was? Was da ist der? Wie sehen die mich denn? Verdammt. So, wo bist du? Den haben wir. Ist hier noch ein Hund? Ist hier doch ein Hund. Verdammt. Also lass den bloß im Käfig. Na toll, dann bricht das unter einen zusammen. Das ist Scheiße. Das wusste ich auch nicht. Bissar. Ich sehe keinen. Ja, warte, Homi. Hey. Scheiße, hier war doch wirklich nötig. Oh. Einen Moment. Ich muss eben gucken, ob hier alle tot sind. Beziehungsweise ich will die noch schnell plündern. So, den haben wir. Waffen immer plündern. Oh ja, da haben wir. Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich. Gut. Hier oben haben wir glaube ich alles. Dann mache ich mal. Ja, ich gehe da mal von aus, dass jetzt die Leute alle hinüber sind. Gut. Hier haben wir ein Bett. Hier haben wir noch Licht. Oh, hier ist noch was Schönes. Oh, da haben wir glaube ich was für die Panzerung gefunden. Für unsere eigene Panzerung. Stopp. Oh ja, ich schreibe mir zu viel. Gut, hier ist nichts mehr. Das hatte ich auch geholt. So, was haben wir hier denn noch? Das hatte ich geholt. Hier in der Mitte. Was haben wir hier denn? Nein. Noch eine Kiste. Und ein Buch. Was haben wir hier denn? Gefallener Brief. Ja, gefalteter Brief. Okay. Ja gut, aber das, wenn ihr sowas lesen wollt. Ich lese das eigentlich nie. Entschuldige Seelen, nein. So, warte. Ähm. Wir werden auch für deinen Seelen heil beten, solange wir leben. Auch wenn du unküchter bist. Gott segne dich. Ketzer? Danke. Ja. Da hat er recht. Dein Glück, Homie. Dein Glück. Gut, wir haben hier noch eine Waffe. Halt. Das war falsch. Ach, jetzt habe ich die genommen. Die wollte ich zerlegen. Er hat noch eine Waffe. So. Dann haben wir ja alles. Dann würde ich mal sagen, gehen wir raus. Ach, da wäre ich auch gar nicht reingekommen. Siehste. So, dann würde ich noch einmal schnell drumherum gucken, ob hier noch ein bisschen Stuff und Loot zu Hause ist. Da sind noch wieder Viechers. Einen Moment. Einen Moment. Jetzt komme ich hier aufs Dach. Ich komme hier aufs Dach. Das ist ja cool. Ist das noch eine Kiste, ne? Ne. Das sah im ersten Moment so aus. Oh Gott, wo ist es? Die Elektroanomalie. So, dann will ich mal schnell auf die Karte gucken. Also da kommen wir zur, in die Richtung kommen wir zur Brücke, wo wir lang müssen. Da würde ich gerne noch reingucken. Ja, mach da mal ein bisschen. Räum da mal ein bisschen auf. Ich habe da nämlich gerade welche gesehen. Ja, siehste. Hier hätten wir auch hochgekommen. Und dann über diesen hier rein. Hat er da das jetzt freigemacht? So, das ist ja nett. Ich habe da nämlich gerade ein paar gesehen. Was ist da da? Kommen wir da schnell rein? Verschwinde. Hier ist gar nichts. Oh doch, da. Fischen Stuff. So, hier ist auch noch ein kleines bisschen. Die Maske schon auf? Dann wollen wir die mal nachautun. Ja, hol sie dir. So ist richtig. Da brennen sie. Dann würde ich ja mal sagen, dass das ein Verbündeter von uns ist. Da brennen sie Lichter low. So, da ist... Dings. Duke. Ah, diese kleinen Viecher. Da hatte ich gerade schon mal Probleme mit. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ach, wir machen heute Schluss. Sehe ich gerade. Wir sind ja schon wieder bei fast eine halbe Stunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schreibt ein bisschen in den Kommentaren. Ich würde mich freuen. Ich würde mich hier auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.